Musik Jetzt ist es für dich ziemlich dunkel hier Aber ich sehe hier hinten ein Leuchten Boah, ich dachte schon, wie tief geht es denn jetzt hier runter Jetzt war ich aber leicht erschrocken Das als unangenehmes Leuchten Ich würde gerne zu diesem angenehmen Leuchten Was es anscheinend auch da unten gibt So mal kurz Zwei, drei Holz abgegriffen Dann machen wir aus dem Holz Keine Fackeln, super So Dann Wop Einmal eine Workbench Und eine Tür Tadaa Jetzt wüsste ich eigentlich nur noch irgendwie Moment, ich habe ja hier Holz So, 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 so Tadaa Ich bin behindert, ich habe doch Ich habe doch Fackeln dabei, was will ich eigentlich Hier sind doch Fackeln Huch Na nö, was haben wir denn da Meine Workbench ist irgendwie weg, okay, dann mache ich mal eine neue Hier Warum auch nicht Moment, da muss ich mich anders hinsetzen Oh mein Gott Äh, dann hauen wir mal ganz kurz noch, äh, unwichtige Dinge Ach, kann ich da machen Oh, das war klar Ach so, das ist noch eine unsordische Höhle Gut, was heißt nur Ob der anbrennt der Boden? Ich weiß es nicht Ich habe leider kein Knochen für dich Lass mich Lass mich in Ruhe, bitte Ich bin hier weg Ich leuchte alles an, damit ich merke, dass ich was für eine Angst ich damals hatte Wenn ich wiederkomme Waaaah Creeper Waaaah 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 Was für ein Skill Sprung So Wer war da? Das hat glaube ich niemanden getötet. Doch, mich was. Okay. Dann machen wir weiter, ne? Wenn sonst nichts ist. Gravel, Gravel, wer braucht's nicht? Ansonsten werden wir auf jeden Fall eine ganze Ecke mehr brauchen als so ziemlich der Hälfte, was ich gerade in unserem Image-Double finde. Gerade halt, weil wir ihn so oft nutzen. Darum werde ich auch gutes, gutes Krabbel mitnehmen. Wer die gutes Mengen an Krabbel mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viel Krabbel es denn gibt. Hier stürzt alles ein bisschen zusammen. Warum auch nicht. Die Eier können weg. Das Fleisch kann weg. Die ganzen Samen können weg. Die Eichensätze können weg. Jetzt gehen wir ein Stück Rückerts. Und nehmen alles, was wir finden können. Gebt mir all den Gravel. Oh. Haben die Speeren eine Schraubladung? Das ist ja ein Speer. Stürb doch bitte. Komm schon. Stürb doch. Stürb doch. Stürb doch bitte. Komm schon. Woah. Leute, es wird gleich Tag. Lasst mich in Ruhe. Ihr habt die ganze Zeit nicht... Ihr habt mich die ganze Zeit in Ruhe gelassen. Warum jetzt denn nicht, he? Mein Gott. So. Stürb. Stürb. Rass正. Studospiel. Siehst du. Kann ich auch. So. Dann kannst du jetzt weiter machen wir alles ab. Hilalala. Wenn du denkst sie so, was ist hier geschehen.. Ein-Erbheben. Ein oben da doch. Nein scheiße.. Nein, das war nicht ich, der so geschrien hat wie ein Mädchen. Nein, ich habe keine Angst gehabt. Ich bin vollkommen ruhig geblieben, gelassen. Der Herr selbst sozusagen war ich fast. Scheiß Creeper. Es ist nur so ein Geräusch. Du hörst es in dem Nächsten. Nein, bitte nicht. Nein, ich brauche dich nicht, glaub mir doch. Ja, das müssen wir zu dem Kübel dann meistens sehr wenig und echt müssen wir trotzdem. So, jetzt schmeißen wir dafür weg das Zombiefleisch. Und nehmen wir uns dafür das hier und das mit. Das mitnehmen. Wieder zu viel, schmeißen wir die Erde weg. Nehmen auch das hier alles mit. Uuuu, Erde. Und die Erde, der ganze Mist. Jo. So, jetzt machen wir auch das da weg und das da weg. Und das da weg. Wuuu. Und dann schlagen wir auch noch das da weg. Wuuu. Ich komme hier mit einer gut gefüllten Graveltasche nach Hause. Ich stelle mich mal auf jeden Fall merken. Ich erse es deswegen jetzt auch gerade saurer ab. Weil dann werden wir ja bestimmt öfter mal hinkommen. Weil es so bestimmt nicht wird es nochmal sein, dass wir größere Maschen an Gravel brauchen. So. Hey. Ich bin mir bedankt. Den ganzen Grasel mitnehmen hier. Wie weiß ich, dass ich sie hier aufsammle, ich kann einfach nur zu Ende arbeiten. So, zum Beispiel kann ich die Pflastersteine wegwerfen und dann das erste Gravel wieder aufsammeln, dann kann ich das wegwerfen, dann kann ich auch den links hier wegwerfen. So, was haben wir denn noch, das können wir das Weitere wegwerfen, den normalen Bogen, den wir gerade irgendwie aufgesammelt haben, keine Ahnung warum, dann können wir sicher auch wegwerfen, ja das wird es langsam knapp, ja noch eine Eisenspitzeige, die können wir auch wegwerfen. So, zu wenigstens noch 7 Gravel, die wir hier jetzt haben. Die Wolle würde ich behalten wollen, haha verstehst du den Witz mit der Wolle. Und das da haben wir alles abgeändert, da haben wir fast das ganze Inventar voll mit Gravel. Sortiert als DL, wo das ist sortiert und tada. Ja, warum nicht ne. Autsch. Dann würde ich sagen, geht es jetzt back nach Hause. Lalalalalala, lalalalalala, Gravel, 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 Gravel. Herr Schweinies. Achja, das wird ein sehr toller langer Rückweg. Wir werden spannende Dinge erleben, wie Berge, Wälder, noch mehr Berge, noch mehr Wälder. Oh mein Gott, da muss ich mich jetzt schon strecken, wenn ich mir das so andenke. Also da haben wir unser wunderschönes Haus gebaut da unten, das werden wir sicher irgendwann mal wiederfinden und uns denken, was haben wir da bitte gemacht. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier runter, ohne zu sterben. Kein Leben verloren. So. Vorbei an den... Gro... Alter, ich muss ja einfach nur den ganzen Berg rum. Jetzt bräuchte ich ein Pferd. Was ist das denn? Ich habe ja gar nicht am Hexenhaus gefunden, ist ja zu schön gewesen. So eine alte, runzlige Frau besuchen, die einen mit Zaubertränken bewirft. Was kann man sich Schöneres vorstellen? Richtig, nichts. So, hier geht es ein Wasserfall herunter. Ein edles Gestümpft der Natur. Keine Ahnung, was gestümpft sein soll, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich wollte gerade irgendwie sowas wie... Erzeugnis oder so sagen, keine Ahnung, da kam gestümpft dabei raus. Ja, das passiert, wenn man nicht überlegt, was man sagt. Also in diesem gesamten Let's Play. Die letzten 6... 6... 700 Folgen. Tadaaa! Na, Cowies? Das läuft zum Beispiel. Mal gucken, ob ich hier vielleicht auch noch einen Schlumpf... Schrumpf... Schrumpfdumpf entdecke, aber... Aber...